joe leute ich hier soll er müsste mein name ist hafen und willkommen zu einer weiteren s 2 folge hier hat mich du schreibst mir nie skype back mache gerade video mache video ich habe mal überlegt was wir in dieser folge machen können ist ich kann nicht sagen dass ich morgen wie ihr wirst ein abo trifft mache um 15 uhr channel 5 mini s2 natürlich und ja aber ich weiß halt nicht was ich diesen abo trifft machen soll vielleicht habt ihr eine idee was man da machen könnte vielleicht keine spvp tun hier ich weiß nicht ich weiß nicht so recht ja doch ich könnte schon geben kreis pvp-turnier oder weiß nicht also ihr könnt euch so überlegen was ich dann machen könnte genau ja genau was man denn noch sagen ja ich habe überlegt was ich hier kann man waffe also was im bogen gekauft soll ich weiß nicht also es gibt zwei bürgen die ich bekommen könnte mit euch mal kurz durch hier dieser bogen ja 65er bogen halt also ich würde mir den 65er bogen kaufen als impulsiv natürlich abwendig naja hat den versorgen als sieben haben deshalb kann ich noch nicht anscheinend ja also ich würde mir den bogen kaufen muss schon so alles selber ich fühle sich sehr gute 65er oder dem 75er er sieht doch ein 75er bogen im bazaar und russi würde ich mir 70er russi oder für die russi kaufen einfach ein paar nicht und die wäre eher so auf die siebziger russi aber hat die für die das ist billiger aber die siebziger hat ja ab gute muscheln und ja beide gleich also 70 ist ein bisschen besser finde ich für pvp sei gemeint für pvp finde ich sie gar nicht besser und baukolle verfolgt die 65er muss mir noch überlegen vielleicht hätte mir sagen ich nicht mehr kaufen soll weil ein einstiger bode würde ich nicht haben mich aus dem boot der ist was ich was ich habe ihn einfach leiden und auf durch durch gibt es als 67er durch oder ein 67 jahr 20 jahr oder 74 durch da weiß ich gar nicht was natürlich ich hoffe soll ich gucke mal kurz im basal was dazu gibt es mal einfach er sieben ob das überhaupt sollen durch gibt allein es gibt ja gar nicht habe gerade geguckt in 66 es gibt es einen r6 bis 6 weiter geht dieses aber ich sage ich die kürziger um schon zu verschaffen es gibt um mal und leiten mich schreibt nicht wieder ich dachte ja doch schon gute muscheln die schützt wird der haben das hat Ja, wie viel 22 KK? Alle Angriffe, Nahkampf? Ja, ja, das ist nicht so. Ab 12 KK fand ich gut. Na, da würde ich mir die Erdien für 40 KK kaufen. Ja, okay, die sind gut, okay, ja. Das hat jetzt die Sache. Oh, naja, so viel nicht, weil ich glaube ich mit Maximum 50. Yo, ich weiß ja nicht, was ich noch kaufen soll. Ja, ich weiß nicht, was ich noch kaufen soll. Ah, das ist ja nicht so. Das hab ich echt viele Leute. Ja. Wie viel so schnell wieder Blitz! Ne, zuke. Angriff! Nein, weg, 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 weg. Oh, mein Gott, da würde ich mir keine Geld. Ähm, ja, ja, jetzt habe ich 2, was ich noch nicht, was ich machen soll. ist aber ich hatte irgendein blödsinn aber das video wird nicht gleich beendet weil ich heute noch ein paar informationen lust werden und wie gesagt wird man die kommentare entscheiden was ich in diesem ab spezial video machen soll ich werde natürlich offen nehmen vielleicht könnt ihr auch im team die gleiche durch die daten und dann könnt ihr auch da rein mit nur ein auf einmal reden ich bin aber dann noch überlegen ob ich das dann machen soll da könnte mir vielleicht fragen schnell vielleicht machen wir sowas man teams pick kommt rein und ihr könnt euch fragen stellen oder halt skype halt du leid wieso wollen die mich kennen was denkst du wer du bist man funktioniert aber nicht aber was ich derzeit eigentlich viel zocker ist eigentlich mädchen zwei peter war rubinium und hat noch das sind die zwei spiele die ich in suchte und ja die andere spiele habe ich jetzt mal auf seite gelegt die werde ich natürlich noch weiter spielt zum beispiel wie biote aber wenn ich heute darauf bock bekommen nachdem ich das video zurückgeladen habe will ich dann auch zocken mal schauen vielleicht sind da keine kinder die einfach oder leute die einfach mit naja egal es interessiert euch ihn nicht aber ich kann nicht kennen den kann ich kennen den kann ich kenne ja wo ist denn der ich kenne niemanden alter wieso greifte mich an und ich kenne ich war wer nur ding da man haben wir ins bettel nein lieber nicht lieber kein ins bettel naja also vielleicht mache ich das mit ts oder skype also dass mich auf skype edit oder auf ts dass sie reinkommt wie kann man die daten und dann könnte man einfach alle auf einmal reden und ja dann könnte man mal fragen stellen ich beantworte sie dann einfach im video wenn einer aus der reihe tanzt dann wird einfach gekickt und geblockt jo also nicht nicht so heftig der anliegen oder mich also jetzt ja ihr wisst schon was ich da meine jo leute viel spaß beim zocken lasst euch nicht ab doch und bis zum nächsten mal tschau